Moin, moin Xbox-Freunde, da sind wir wieder mitten im neuen Video, natürlich wieder mit einem Xbox-Video, denn es gibt wieder einiges, über das wir bezüglich Xbox auf jeden Fall berichten können, beziehungsweise was mal angesprochen werden sollte, denn in den letzten Tagen wird wieder sehr viel über Xbox gesprochen. Mein Name ist André, Content Creator auf dieser Plattform mit dem Kanal Säuserix, auf den ich euch bezüglich Xbox-Themen auf dem Laufenden halten möchte. Hier kommen auch Playstation-Themen, Gaming-News und so weiter, das ist so der allgemeine Gaming-Kanal von mir, wo ich dann meine Sachen halt kundtun möchte. Wenn das Themen für dich sind, bleib gerne mit einem Abo am Start dabei, gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze hier gefällt und schreib mir gerne was Nettes in die Kommentare. Ich gehöre noch was zum Thema, aber da kommen wir jetzt zu. Die Xbox Series X in digitaler Form. Dass diese Konsole eben auf den Markt kommt, wissen wir bereits. Im Sommer soll es soweit sein, ich gehe davon aus, dass es im August rund um die Gamescom irgendwo passieren wird, weil man das Ganze dann meiner Meinung nach auf so einer großen Spielmesse sehr gut präsentieren kann. Die Xbox Series X Konsole in digitaler Form sollte nach ursprünglichen Microsoft-Plänen in zylindrischer Form auf den Markt kommen, mit einem verbesserten Controller, neuen Bluetooth-Standards, neuen WLAN-Standards und so weiter. Das wissen wir laut dem FTC-Bericht. Hier habe ich auch ein Bild eingeblendet, wie das Ganze dann eben in der Vergangenheit so besprochen wurde. Laut Exputer wissen wir auch, wie ich in dem letzten Video schon mal gesagt habe, dass die Xbox Series X in digitaler Form in weiß daherkommt. Nach aktuellen Berichten bestätigt sich auch eben all das und man habe wohl seitens Microsoft so ein bisschen die Pläne der Vergangenheit über Bord geworfen. Damals hatte glaube ich Phil Spencer dazu schon einen Twitter-Beitrag, ich habe ihn jetzt gerade nicht gefunden, aber einen Twitter-Beitrag gemacht, dass er das sehr schön findet zu sehen, wie Inhalte von Xbox oder Sachen, die man geplant hat, bereits im Netz sind. Allerdings möchte er eben dazu sagen, dass Pläne sich auch für die Zukunft ändern können, aber sie sind gespannt, was man natürlich seitens Microsoft auf den Markt bringt. Man habe da einige Dinge, die man halt der Öffentlichkeit aber noch nicht präsentieren kann, die es aber dann zukünftig nach und nach machen wird. Und nach aktuellen Berichten nehmen und wenn wir uns die Bilder der Xbox Series X in digitaler Form angucken, dann sieht sie aus wie eine Xbox Series X, nur einfach eben in weiß und ohne Laufwerk. Diese Konsole soll dann eben ein verbessertes Cool-Konzept nutzen, ob man es braucht, wie gesagt, sei jetzt dahingestellt. Meiner Meinung nach arbeitet eben das Cool-Konzept der Xbox Series X und S-Konsole wunderbar und im Sommer soll das Ganze dann soweit sein. Die Fotos sehen so aus, als würden sie bei einem Technik-Test dann halt schnell geschossen worden sein, so nach dem Motto, es darf keiner sehen. Ich mache das eben schnell, weil mit einer geringen Auflösung und mit einer, ja, dann doch sehr verwaschen und nicht wirklich scharf in Zeitalten, wo wir mit S22 und keine Ahnung was und iPhone und weiß der Geier was nicht für Handys gefühlt den Himmel sternen klar und weiß der Geier was nicht fotografieren können. Es ist natürlich etwas, wo man sich immer fragt, wie kommen solche Fotos denn überhaupt zustande? Weil selbst wenn ich mit meinem Handy jetzt ein Foto schießen würde, irgendwo schnell, dann wäre das meiner Meinung nach wohl schärfer, als es so der Fall ist. Aber gut, da sind eben die Fotos und demnach könnte man jetzt natürlich annehmen, dass ich seitens Microsoft die Pläne so ein bisschen über Bord geworfen habe. Natürlich gibt es dort auch noch weitere Sachen, denn Phil Spencer war in einem Interview mit Polygon und hat natürlich einiges auch berichtet und weiterhin gibt es natürlich auch Dinge, über die wir sprechen können, aber dazu kommen wir jetzt mal am besten. Doch meine Frage wäre jetzt an euch, benötigt ihr überhaupt eine Xbox Series X in digitaler Form und wie steht ihr im Allgemeinen zu einer Xbox Series X in digitaler Form? Sollte sich an der Hardware jetzt wirklich nichts ändern, sondern sie wie eine Series X Konsole auf den Markt kommt, bloß dann eben in weiß und ohne Laufwerk zu einem Preis, was dann 50 bis 100 Dollar weniger der Fall wäre. Sie soll im Sommer auf den Markt kommen, ich gehe davon aus, dass es rund im August der Fall sein wird, rund um die Games kommen dann halt und ja eben 50 bis 100 Dollar weniger kosten soll als eine Xbox Series X Konsole. Natürlich fehlt aber eben auch das Laufwerk dann, was natürlich die Schlussfolgerung hat, wir leben in einem Zeitalter, wo Streaming halt sehr hoch im Kurs ist, aber einige immer noch ihre DVD oder Blu-Ray Sammlung haben und diese dann halt auch gerne gucken würden. Das würde natürlich bei einer Xbox Series X in digitaler Form dann eben wegfallen, weil wir keinen Laufwerk mehr haben. Das bedeutet also, der gebrauchte Spielermarkt ist nichts mehr für uns. Die Spiele aus dem physischen Handel, also in physischer Form eben aus dem Handel zu beziehen, wäre dann nichts mehr der Fall. Oder eben auch, wie gesagt, DVDs, Blu-Rays gucken und so weiter wäre dann auch nicht. Wäre es euch, das wäre dann eben eine Xbox Series X, die jetzt ja deutlich später auf den Markt kommt, als jetzt die Xbox Series X Konsole und an einem Punkt, wo wir eben darüber sprechen, dass Sony zum Beispiel eine Playstation 5 Pro mit verbesserter Hardware auf den Markt bringen möchte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema im Allgemeinen dann eben steht. Würde mich brennend interessieren. Bill Spencer war in einem Interview mit Polygon und berichtete eben darüber, wie er seiner Meinung nach die Zukunft von Xbox Konsole oder im Allgemeinen von Konsolen gerne ändern würde. Und wie das Ganze dann halt zukünftig besser funktionieren könnte, um auch dann eben Spielekonsolen wieder ihren Platz am Markt vernünftig zu geben. Denn seiner Meinung nach ist das so ein bisschen so, dass Spielekonsolen der ganze Markt an sich nicht wirklich am Wachsen ist. Spieler und Spielerinnen sind darauf angewiesen, dann eben ihre Spiele aus hauseigenen Stores eben zu beziehen. Das ist für die Entwickler und Entwicklerinnen von den Spielekonsolen eben so gedacht, dass die natürlich das Geld wieder reinhaben müssen. Sony als Beispiel ist darauf angewiesen, eben die Konsole selbst darüber zu bezahlen, dass Spieler eben ihre Spiele über den hauseigenen Store eben beziehen. Und bei Xbox ist es aktuell eben das Gleiche. Die Spiele werden über den hauseigenen Store eben bezogen. Oder man hat bei Xbox, wie gesagt, den Xbox Game Pass, der eben zu einem monatlichen Beitrag zu erwerben ist. Und das Geld soll eben wieder dann einfließen im Allgemeinen, um natürlich das wieder auszugleichen, was man dann eben auch für die Spielekonsolen halt in der Produktion, in der Veröffentlichung dann eben halt nötigt. Xbox hat diesen einen großen Punkt, den Sony aktuell einfach nicht hat. Und zwar stagniert der Abverkauf, der Hardware-Abverkauf von Xbox-Konsolen sehr stark. Die Xbox-Konsole verkauft sich so schlecht wie schon lange dann nicht mehr. Das Ganze liegt eben da dran im Vergleich zu Sony. Man hat kein großartiges Zugpferd, meiner Meinung nach, um diesen Abverkauf halt zu steigern. Zum einen sind natürlich aber auch mehrere Punkte eine große Rolle. Denn allgemein die Marketing-Kampagne rund um Xbox, die Werbung im Allgemeinen rund um Xbox-Konsolen ist auf dem europäischen Markt alles ein bisschen gedämpft. Das Ganze ist aber auch woanders nicht viel anders. Auch da ist eben die Werbung rund um Xbox so ein bisschen gedämpft. Liegt aber auch, glaube ich, nur da dran, da man sehr viel Wert für den Xbox-Gamepass macht, aber sehr wenig Werbung für die Xbox-Konsolen macht. Sony dagegen präsentiert ja auf dem europäischen Markt ihre eigene Konsole immer sehr gut. Also es wird immer sehr viel Werbung auf dem Fernsehen gefahren, sobald ein neues Spiel irgendwie auf dem Markt ist. Du hast Werbung auf YouTube, Social-Plattformen oder sonst irgendwo. Sie gehen in irgendwelchen Städten rein und bauen irgendwelche großen Sachen auf, um zu repräsentieren, dass ein neues Spider-Man-Spiel oder ein neues Horizon-Spiel auf den Markt gekommen ist. Also da ist die Werbung im Allgemeinen, die Marketing-Kampagne halt sehr groß. Und diese exklusiven Spiele, die dann auf den Markt kommen, ziehen natürlich auch den Abverkauf der Playstation-Konsolen nach oben. Xbox dagegen, also Phil Spencer ist der Meinung, er möchte das Ganze ein bisschen anders machen. Und ihr hört einfach mal rein, was ich hier zu sagen habe. Phil Spencer sagte, die Preise der Komponenten einer Konsole sinken nicht so schnell wie bei früheren Generationen. Schlimmer noch, erklärte er, der Konsolenmarkt wachse nicht, da immer mehr Spieler auf PC und Handle-Optionen im Umstein. Nun ist die Idee, eine Konsole zu subventionieren und Spieler zu zwingen, Spiele über den offiziellen Store zu kaufen, um die Kosten halt auszugleichen, möglicherweise nicht sinnvoll. Also in dem Sinne genau das, was ich euch gerade erklärt habe. Er sieht es halt so, du versuchst halt den Preis der Konsole wieder reinzuholen, indem du halt sagst, die Spieler müssen halt die Spiele über den Store beziehen. Und das, was du da halt verkaufst, das versuchst du dann wieder damit auszugleichen, was du ausgegeben hast für diese Konsole dann eben. Und er sieht das Ganze möglicherweise nicht als sinnvoll an, denn die Wände, die Menschen an Konsolen sperren sollen, könnten sich dazu eben motivieren, draußen zu bleiben. Und er möchte mit diesen Wänden, meint er einfach im Kern, den hauseigenen Store. Es wäre eine Option, wenn der hauseigene Store eben halt wegfällt und Spielekonsolen ein bisschen mehr wie PCs wären. Dass ihm die Möglichkeit besteht, halt natürlich hängt das Ganze an Dokumente und natürlich ist das Reden, was er hier hat, sehr zukunftsorientiert, aber die Möglichkeit, irgendwann vielleicht mal Steam, Epic Games oder sonstige Möglichkeiten bieten zu können, um darüber seine Spiele dann eben zu beziehen. Er sieht das Ganze als Beispiel an Sea of Thieves. Man soll sich keine Gedanken machen, kann ich Sea of Thieves überhaupt spielen, sondern sich im Gedanken machen, habe ich Freunde in meinem Freundeskreis so jetzt, die Sea of Thieves spielen und haben die Lust jetzt, das mit mir zu spielen. Also im Kern halt nicht der Gedanke, kann ich es überhaupt spielen, weil Sea of Thieves ein exklusives Spiel dann ist nur auf einer Xbox-Konsole. Und das ist eben auch der Grund, warum er auch möchte, dass eben die Spiele oder einige Xbox-Spiele den Weg dann eben auf andere Konsolen finden, weil er diese Exklusivität im Allgemeinen als ein großes Problem sieht. Das Ding ist halt, das große Problem liegt hier ja bei Xbox, denn Xbox, ja, hat natürlich nicht diese Abverkäufe, Sony hat sich sehr schnell an diesen Markt dann eben gebunden und für Sony wäre jetzt ein Punkt, die exklusiven Spiele sein zu lassen und die auf anderen Plattformen zeitgleich mit zu veröffentlichen. Also als würde Sony jetzt beispielsweise ein Horizon Zero Dawn oder ein Spider-Man oder was auch immer, Spiele oder zukünftige Spiele, sagen wir mal, Uncharted 5 zeitgleich auch auf Xbox-Konsolen veröffentlichen, würde das wahrscheinlich nicht so stark die eigenen Abverkäufe der Playstation-Konsole ankurbeln, sondern dafür sorgen, dass das Ganze auf dem Markt verteilt, sowohl PC als dann eben auf Xbox-Konsole. Also Sonys Zugpferd ist eben die Exklusivität auf dem Markt. Und Microsoft möchte dagegen halt, mit Phil Spencer sagt er halt, das Ganze halt ein bisschen Umendung für die Zukunft, das irgendwie so hinbekommen, dass die Xbox-Konsole halt die Möglichkeit ist, eine Konsole auf dem Markt zu haben, aber gleichzeitig auch die Spiele aus eigenen Stores, aus anderen Stores eben zu beziehen und nicht darauf angewiesen ist, okay, das gibt es jetzt nur auf Xbox und das kannst du nur aus dem hauseigenen Store beziehen und alle anderen Spieler könnten diese Spiele dann eben nicht spielen. Wie das Ganze für die Zukunft dann aussieht, weiß man natürlich noch nicht. Aber gerade was Sea of Seas betrifft, habe ich auch nochmal einen kleinen Beitrag für euch, denn das, glaube ich, finde ich auch ganz wichtig. Und zwar Jess Goerner hat gehört, dass Microsoft kürzlich ein umfangses Treffen mit Phil Spencer dann hat und sie diskutierten darüber, wie die Zukunft von Xbox aussieht und diskutierten über die Gerüchte über einen Drittanbieter. Denn in der Vergangenheit war es ja immer wieder so, dass gerade die Gerüchte, dass Xbox jetzt Third Party geht beziehungsweise damit eben für Leute, die wir wahrscheinlich damit noch nichts anfangen können, aber dass Xbox die Spiele nicht mehr nur für Xbox-Konsolen veröffentlicht, sondern auch zukünftige Xbox-Spiele direkt auf den Markt packten, sowohl PC als auch auf Playstation als auch eventuell auf Nintendo, wenn möglich und dann eben den Xbox-Konsolen veröffentlicht. Phil sagte, dass es bei den Entscheidungen, die wir heute treffen, darum geht, die Zukunft von Xbox nicht für Jahre, sondern für die kommenden Jahrzehnte zu sichern und dass Xbox in den kommenden Jahren, Jahrzehnten stärker sein wird und er sagte ausdrücklich dazu auch, dass dazu eben auch die Hardware gehöre. Wie ich aber gerade gesagt habe, muss diese Hardware natürlich dann eben umgeändert werden, seitens Xbox, denn man hat nicht dieses Zugpferd der Exklusivität. Außerdem sagt er kürzlich an Xbox Vorgesetzter, es gibt viele Dinge, die wir bei Microsoft falsch machen, es gibt viele Dinge, die wir ändern würden und es gibt viele Dinge auch, die vielleicht nicht verstehen, dass sich die Leute darüber sorgen beziehungsweise dass sie verstehen, dass die Leute sich darüber Sorgen machen, aber es gibt auch Sachen, über die man sich keine Sorgen machen sollte und das ist nämlich das Engement fürs Gaming, also das, was Microsoft halt reinsteckt, um Gaming an sich zu revolutionieren, zu verbessern und auch einen besseren Platz in der Gaming-Bronze zu schaffen. Laut Jazz hat es einen Umbruch in der Marke gegeben und ein Teil dieses Umbruchs liegt darin, dass die Kosten in den letzten Jahren eben gestiegen sind. Alles ist teurer geworden und deshalb haben sie dann eben, und hier wird COCs als Beispiel genannt, auf Playstation gebracht. Rafa fügt über COCs, aber eben über keinen Cashflow, bedeutet Cashflow einfach, dass sich das Geld immer wieder einspielt, es wird kein Geld weiter eingespielt, das ist auf Xbox halt, aber dieses Spiel ist schon so lange auf Xbox, das heißt, damit machst du jetzt kein Geld mehr wirklich. Und da die Ausgaben, insbesondere im peinlichen Königreich, durch eben den Brexit, Covid und so weiter gestiegen sind, ist die Erschließung einer weiteren Einnahmequelle für COCs, eben also damit auch für COCs, aber auch für die Marke RAR, als aber eben auch für Xbox, eine wichtige Entscheidung und von wichtiger Bedeutung gewesen, dieses Spiel dann eben auch auf Playstation zu veröffentlichen. Denn ein großer Teil ist eben auch auf Playstation und dieses Spiel ist ein sehr gutes Spiel, wo man sehr gut miteinander zusammenspielen kann und Communities da eben zusammenbringen kann und dadurch hat Microsoft natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dadurch Geld reinzuholen und mehr Spieler und Spielerinnen dahingehend zu treffen, beziehungsweise dazu zu bekommen, auch vielleicht zukünftige Spiele seitens Xbox sich anzuschauen. Also ihr merkt also, man möchte seitens Xbox da einiges umändern, um einfach den Hardware abverkauf zu steigern. Man ist weiterhin der Good Guy in dieser ganzen Branche, wie das Ganze aber dann zukünftig aussieht, muss sich natürlich dann sehen lassen. Und nun möchte auch jemand nämlich eben gehört haben, was heißt nicht nur jemand, sondern Chris Dring, das ist der CEO von GameIndustry.biz, der eben seine Connection hat und auf der GDC, also der Games Developer Conference, eben gehört hat, von einer größeren, beziehungsweise einer bekannteren Firma und einer nicht so bekannteren Firma, die sich dann eben darüber unterhalten haben oder auch gesprochen haben und er möchte eben erfahren haben, dass tatsächlich Firmen darüber nachdenken, also Unternehmen, Entwickler darüber nachdenken, ihre Spiele nicht mehr auf der Xbox-Konsole eben zu veröffentlichen. Die Xbox-Konsole, die Hardware-Abverkäufe stagnieren nimmt, das wissen wir jetzt ja mittlerweile und da führen jetzt wohl einige die Berichte, die sich fragen, warum sie, eine größere Firma, warum sie überhaupt noch ihr Spiel auf die Xbox-Konsole eben gebracht haben. Natürlich ist das nun, einer möchte eben was gesagt haben und das soll jetzt nicht die ganze Industrie halt Kopf schmeißen und sagen, okay, zukünftig gibt es keine Spiele mehr von Xbox. Das Ding ist einfach nur, Xbox ist gerade auf dem europäischen Markt eben nicht sehr bekannt, beziehungsweise hat eben nicht die Abverkäufe, die es eben benötigt. Und natürlich sind auch für Entwicklerstudios, dass immer zusätzliche Ressourcen für die Xbox-Konsole zu veröffentlichen. Ein mitgroßer Faktor ist hier einfach, dass man nicht nur das Spiel, was dann praktisch auf der Playstation 5 läuft, abändern muss auf die Xbox Series X Konsole, sondern dass man das Ganze hier auch nochmals optimieren und verbessern muss für die Xbox Series S Konsole. Denn du kannst ja jetzt nicht ein Spiel auf der Xbox Konsole auf den Markt bringen, was auf der Xbox Series S Konsole dann überhaupt nicht läuft. Und das führt eben unweigerlich dafür oder dazu, dass eben wie gesagt Entwickler anscheinend darüber nachdenken, zu überlegen, ob es dann zukünftig noch Sinn macht, auf dieser Xbox-Plattform eben ihre Spiele zu veröffentlichen. Und das ist gerade mit eins der Gründe, warum man seitens Microsoft anfangen muss, hier zu gucken, wie man das Ganze wieder in Gang bekommt. Denn es wäre sehr schade, wenn Xbox vom Konsolenmarkt halt verschwindet. Es wäre ein ganz großes Problem, ebenfalls auch für alle Spieler, egal wo du spielst, ob du jetzt auf Playstation oder Xbox spielst. Denn wenn Sony zu einem Monopol wird halt und Sony keine Konkurrenz mehr hat, überhaupt keine Konkurrenz mehr hat, dann kann Sony logischerweise machen, was sie möchten. Das heißt, sie sind dann die Chefs auf dem Konsolenmarkt und können dann natürlich sagen, sie können mit den Preisen umgehen, wie sie wollen. Sie können mit den Hardwarepreisen umgehen, wie sie wollen. Also praktisch können sie ja machen, was sie wollen, weil ja keine Konkurrenz mehr da ist. Und Konkurrenz belebt eben das Geschäft. Und wer weiß, vielleicht hätte die Playstation 5 ursprünglich einen ganz anderen Preis gehabt, hätte es nicht Xbox eben gegeben, wie eine leistungsstärkere Konsole auf den Markt gebracht haben und schnell klar gemacht haben, dass diese dann für 499 US-Dollar auf den Markt kommt, was Sony ja mehr oder weniger dazu gezwungen hat, ihre Playstation-Konsole auch mit mindestens oder mit maximal 499 Dollar anzusetzen, als dass man dann vielleicht den Konsolenmarkt oder beziehungsweise den Beginn einer neuen Konsolengeneration verliert aufgrund des Preises. Man hat damals schon mit der Playstation 3 da einen großen Fehler gemacht. Das sind so die News rund um Xbox. Ich weiß, es ist eigentlich sehr viel Input, wenn man das Ganze so bedenkt. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, in dem nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Euer Zeus.